Willkommen in der Welt von Alegria Reisen. Alegria Reisen ist ein unabhängiges Reisebüro in Lachen am oberen Zürichsee. Sie erhalten bei uns Angebote von Hotelplan, Cuoni, Tui Swiss und vielen anderen seriösen Reiseveranstaltern. Für jeden Kunden nehmen wir uns viel Zeit. So können wir ihre Vorlieben und Wünsche herausfinden und ihnen eine ganz individuelle Reise zusammenstellen. Relaxen Sie an traumhaften Stränden. Begegnen Sie fremden Völkern. Staunen Sie über die Vielfalt der Natur. Entdecken Sie andere Kulturen und erleben Sie Geschichte hautnah. Loten Sie Ihre Grenzen aus. Zeit für die Familie. Zeit für Romantik. Nur das Beste für Genießer. Segeln Sie mit uns neuen Horizonten entgegen. Alegria Reisen. Wir freuen uns auf Ihre Ferien. Wir freuen uns auf Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihren, wir freuen uns aufmerksam.